das ist erfolg siebte seite im dunklen erdteil mit immer größer werdender geschwindigkeit trieben die beiden ozeanfahrer in ihrem sonderbaren kahn auf die küste afrikas zu laß kommen was da will wir können es nicht abwenden sagte frank zu seinem rauhaarigen gefährten der jetzt nach vorn auf die motorhaube sprang und kräftig in den negerrummel hinein bellte die halb zivilisierten schwarzen schritten paarweise mit linkisch affenartigen bewegungen in einem weiten kreise um einen ängstlich heulenden und auffallend dicken stammesgenossen der in modernem sommeranzug zylinder und hornbrille mit den füßen an eine baumwurzel gebunden war die frauen nach englischer mode in weißen hemdkleidchen und kleinen sonnenschirmchen sahen zigaretten rauchend dem treiben ihrer männer zu die wiederum weite hosen manschetten und strohhüte trugen sie nahmen von den ankommenden fremdlingen keine notiz als dürften sie ihr zeremoniell nicht unterbrechen und sangen zu den taktmäßigen schritten ihr immer gleichtönendes ta la 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 ta ta jetzt saßen frank und florian auf dem strande fest hier in liberia scheint man revolution zu machen wir werden unser geschütz auffahren und ein bisschen dazwischen schießen mit diesen worten schlug frank mit einer spitzen eisenstange auf den linken ballonreif ein kanonenschlag knallte gleich darauf bekam auch der rechte reifeinen stich eine zweite salve rollte donnerartig über das negerdorf die beiden artilleristen konnten gar nicht so schnell gucken wie die neger laufen konnten soweit ihre blicke reichten war plötzlich die weite gegend ausgestorben nur der heulende dicke stand mit schweißtropfen auf der stirn zwischen weggeworfenen sonnenschirmchen strohhüten und sonstigen tant und versuchte von der baumwurzel loszukommen was gibts rief frank ihm zu o massa ich gouverneur bin von könig soll verkaufen neunzig prozent von schwarze mannsklaven to amerika liberia neues staat geld brauchen nachdem der schwarze gentleman befreit war mußte er sämtliche englischen konserven die im dorfe vorhanden waren zusammentragen und durfte dann mit ihnen im old plaster platz nehmen frank sah in den benzintank brachte die reifen wieder in ordnung und kurbelte an es ging weiter auf in die wüste sahara man mußte die gelegenheit wahrnehmen ja die wüste war gleich dem meere franks ewige sehnsucht gewesen es ging durch samori segou und das land massin hier setzten sie über den mars jobaleo und waren dann am südlichen rande der sahara angelangt aus einer oase kam ihnen hier ein uralter muselmann entgegen der in der einen hand einen wanderstab in der anderen aber eine große kanne benzin trug was in aller welt gibt es doch für wunderliche zufälle woher wußte dieser alte das old plaster neuen betriebsstoff brauchte frank sah sich den mumienhaften beduinen näher an und glaubte schon ahas wer den ewigen wanderer vor sich zu haben der seit jahrtausenden durch den sand zog dieser greis mußte mit den geheimnissen der wüste vertraut sein gibt es hier eine besondere sehenswürdigkeit die nicht schon jeder afrikareisende geschaut hat fragte frank den muselmann dieser setzte sich mit gekreuzten beinen nieder und erzählte von dem zauber der sahara so 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 so